Teil 60 Lange konnten die beiden nicht bleiben, da sie alle am Morgen wieder arbeiten gehen mussten. Alle außer Harry, aber nachdem die Ratte und Granger durch den Kamin verschwunden waren, war Harry immer noch entspannt. Zusammen putzten sie sich die Zähne und machten sich Bettgeher fertig. Unter der Decke kuschelte Harry sich eng gegen ihn und gab sogar einige Anekdoten aus der Schulzeit zum Besten. Ehe er nah an Draco gelehnt einschlief. Seit Harry magisch geschwächt war, hatte Draco den unweigerlichen Eindruck, dass dessen Stimmung wie das Pendel einer Uhr schwankte. Und genauso schnell. Aber Harry hatte das Recht darauf, schlecht gelaunt zu sein. Nicht nur, dass er nicht arbeiten gehen konnte. Er musste sich auch noch damit auseinandersetzen, dass seine besten Freunde ein Kind bekamen. und Harry für immer auf dem kinderlosenen Trockenen sitzen würde. Am nächsten Morgen stand Draco leise auf, nickte Lacey zu, dass sie wieder gehen konnte, nachdem sie ihn geweckt hatte, machte sich fertig, frühstückte alleine und ging kurz vor acht nach oben zu Harry, um sich zu verabschieden. Noch immer lag dieser tief schlafend im Bett und hatte sein Kissen umarmt. Sacht berührte er Harry am Arm, beugte sich über ihn und gab ihm einen kurzen Abschiedskuss auf den Nacken. Ich muss los, wir sehen uns heute Abend. Murrend drehte sich Harry ein wenig, hob den Kopf, blinzelte aus dem Fenster und ließ sich mit einem Uff zurück in sein Kissen fallen. Eine Hand legte Harry um Dracos Handgelenk und drückte sachte zu. Ich will nicht, dass du gehst, bleib hier, bat er Draco nuschelnd, gähnte ungeniert und rollte sich ein Stück herum. Das kann ich nicht, ich bin schon zu spät, wir sehen uns heute Abend, sagte Draco und versuchte seine Hand aus Harrys Griff zu drehen, doch dieser hielt ihn nun eisern fest. Bleib, wiederholte er quengelnd und hörte sich an wie ein kleines Kind, das nicht einsehen wollte, dass es Zeit war, ins Bett zu gehen. Harry, mach kein Theater. Schon wieder musste Draco feststellen, dass er sich wie ein Elternteil anhörte. Auch Harry schien das zu sehen, denn nun öffnete er die Augen ganz, blieb vollkommen ruhig liegen und starrte Draco an. Bleib. Schmerz schoss durch Dracos Wirbelsäule, als er den klaren Befehl hörte. Leise keuchte er auf und schloss die Augen, während Harry ihn unnachgiebig wieder ins Bett zog. Jeder Gedanke daran, jetzt loszugehen, verpasste Draco einen weiteren schmerzenden Stromschlag vom Nacken bis ins Steißbein. Harry, murmelte er, als er neben Harry lag. Der beide Arme um ihn geschlungen hatte und ihm langsam über den Rücken strich. Harry, das war ein Befehl. Ich kann mich kaum rühren. Umso besser, brummte Harry an seinen Haaren und schien schon wieder am Einschlafen zu sein und Dracos Worte gar nicht richtig zu realisieren. Du kannst mit mir noch ein Nickerchen machen. Vollkommen ruhig lag Draco da und versuchte die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Der Wunsch, loszugehen, löste jedes Mal ein tiefes Unwohlsein aus und wenn er sich regte, tat es schrecklich weh. Harry, wiederholte er harsch und holte schnappend Luft, doch er atmete tief und gleichmäßig ein und aus, um den Schmerz wegzuatmen. Verdammt noch eins, fluchte Draco und spürte Wut und Zorn in sich auflodern. Der abklingende Schmerz verschärfte das Ganze noch. Harry, brüllte er an Harrys Brust und Harry zuckte zusammen. Was? schnauzte Harry zurück und rückte ein Stück weg. Du nimmst sofort diesen Befehl von mir, sonst werde ich mich vergessen. Schrie Draco und wusste genau, wie lächerlich es aussehen musste, dass er in seinem Anzug, steif wie ein Brett, in dem zerwühlten Bett lag und sich nicht traute, Harry ins Gesicht zu sehen, weil er die erneuten Schmerzen befürchtete. Welchen Befehl denn? giftete Harry ihn an und angelte nach seiner Brille auf dem Nachttisch. Ich habe nur gesagt, dass du bleiben sollst. Tief atmete Draco ein und aus und versuchte die Wut und die Scham über diese erniedrigende Haltung ein wenig in den Griff zu bekommen, um dem verschlafenen Harry klarzumachen, um was es hier eigentlich ging. Harry! Harry! presste er zwischen den zusammengebissenen Zähnen hervor. Löst diesen Befehl! Erlaub mir, dass ich aufstehen darf! Na von mir aus! Geh, wo immer du hin willst. Wandle auf verschlungenen Faden und kehre heil zu Haus und Hof zurück. Kam es sarkastisch von Harry, aber gleichzeitig nahm Draco den minimalen Doppelklang von Harrys Stimme wahr und er konnte sich aufsetzen. Als er sich sicher war, dass er nicht gleich wieder mit Schmerzen gepeinigt wurde, sprang er auf und griff nach seinem Stab. Was? Willst du mich jetzt verfluchen? Du vergisst da aber was, Vila! Die Wut, die er bis eben noch gespürt hatte, steigerte sich und er hatte den dringenden Wunsch, Harry auf Muggelart mit der geballten Faust ins Gesicht zu schlagen. Wie hast du mich eben genannt? Fragte er und seine geballten Fäuste zitterten vor Wut. Vila? Nun verdrehte Harry die Augen und stand auf. Gottes Willen! Du bist vielleicht überempfindlich. Jetzt reg dich mal wieder ab. Du bist nun mal eine Vila, also komm damit zurecht. Damit ließ er Harry stehen, ging ins Bad und schloss die Tür hinter sich. Einen Schritt machte Draco zu der Tür, um sie aufzureißen und Harry anzuschreien, doch das würde nur in weiterem Streit gipfeln und er war inzwischen zu spät dran. Deswegen begnügte er sich damit, seine Hände fest gegen sein Gesicht zu drücken und die Tür beim Rausgehen kräftig zuzuschlagen. Den Vormittag über beruhigte Draco sich und war in seiner Mittagspause wieder die Ruhe selbst. Ihm war klar, dass Harry manchmal ein echter Berg-Troll war und als er teilweise Sachen sagte, ohne darüber nachzudenken, wie seine Umwelt sie aufnehmen würde. Zwar war er meist sehr vorsichtig und bedacht, wenn sie normal miteinander sprachen, aber wenn sie stritten, sagte Harry manchmal Dinge, die verletzend waren und die er auch sofort zurücknahm. Zu 100% war er sich sicher, dass Harry sich heute Abend auf Knien entschuldigen und um Verzeihung betteln würde. Bei Harry dauerte es immer ein wenig länger, bis es bei ihm klickte und er realisierte, was schiefgelaufen war. Deswegen war Draco schon fast wieder guter Laune, als er nach Hause kam und ins Wohnzimmer ging. Doch weder dort noch in den anderen Räumen fand er Harry. Lacey, sagte er und seine Hauselfe erschien vor ihm. Auf die Frage, was er wünsche und die Verneigung ging er gar nicht ein, sondern fragte nur, wo ist Harry? Der Master ist gegangen und hat Lacey nicht gesagt, wohin er geht. Er hat. Im Satz brach Draco ab und fuhr sich unbeherrscht über sein Gesicht und durch die Haare. Sonst sagte Harry der Elfe immer, wo er hinging, wenn Draco nicht da war. Das war ein stilles Abkommen zwischen ihm, dass der andere wusste, wie lange er warten musste oder ob es sich nur um eine kurze Steppvisite bei Freunden handelte. Ist er appariert? Fragte Draco alarmiert nach, doch die Elfe schüttelte den Kopf. Nein, Mr. Draco Malfoy! Aufgeregt fummelte sie an ihrem Handtuch herum. Scheinbar dachte sie, dass sie falsch gehandelt hatte, da sie Harry hatte gehen lassen, obwohl sie seinen Zustand kannte. Er ist durch den Kamin geflot! Gut. Wenigstens gab er sich so nicht in Gefahr, dass er zersplintert war und irgendwo in Stücke zerfetzt rumlag. Einige Augenblicke lang spielte er mit dem Gedanken, die Elfe loszuschicken, um nach Harry zu suchen, aber das verwarf er sehr schnell wieder. Wenn Harry zu seinen Freunden oder seiner Ersatzfamilie geflot war, dann würden die sich einige Zeit um seine schlechte Laune kümmern können. Zudem wirkte Harry befreiter, wenn seine Freunde da waren und er sich mit ihnen ausgelassen unterhalten oder das Muggelspiel spielen konnte. Vielleicht sollte Draco auch versuchen, es zu lernen, um mit Harry zusammen kleine Männchen über den Bildschirm zu bewegen. So schwer konnte das nicht sein, wenn selbst Muggel das konnten. Kann Lacey noch etwas für Mr. Draco mal voll tun? fragte die Hauselfe und Draco scheuchte sie nur mit einer Handbewegung weg. Mit dem Essen würde er noch eine Weile auf Harry warten. Vielleicht hatte dieser auch nur die Zeit aus dem Blick verloren und würde in den nächsten Minuten eintrudeln. Alleine setzte er sich auf die Couch vor dem Fernseher und schaltete ihn ein. Sofort entstand ein Bild und eine junge Frau stritt sich heftig mit einem tätowierten Jugendlichen. Kopfschüttelnd, dass Muggel so etwas produzierten und es auch noch Muggel gab, die sich das anschauten, schaltete Draco weiter, machte das Muggelspiel an und griff nach dem schwarzen, klobigen Zauberstab, um das Spiel zu beginnen. Doch das Rauschen des Kamins riss ihn aus seiner Konzentration. Fernseher und Muggelspiel schaltete er aus, stand auf, ging in Richtung des Kamins und beschleunigte seine Schritte, als Harry zusammen mit dem Mann von Fleur aus dem Kamin trat. Verschwinde, brüllte der Ehemann und gab Harry einen heftigen Schubser. Dieser taumelte, richtete sich auf und drehte sich zu dem ziemlich wütenden Mann um. So hast du nicht mit meiner Frau zu sprechen. Auch wenn wir Freunde sind, ist hier eine Grenze erreicht. Ich will dich nie wieder in meinem Haus sehen. Hast du das verstanden? Brüllte er weiter und Draco blieb bei Harry stehen, dessen Wange leicht rötlich war. Zudem roch er minimal nach Alkohol. Ohne auf Draco zu achten, der die Hand nach Harry ausstreckte, richtete Harry sich auf und verschränkte die Arme vor der Brust. Hast du ein Problem damit, dass ich die Wahrheit gesagt habe? Fleur arbeitet nicht, soweit ich mich erinnern kann. Also ist sie wirklich nur für deine Belustigung da. Der Mann mit den langen Narben im Gesicht zog seinen Zauberstab und richtete ihn drohend auf Harry. Du gehst zu weit, zischte er und Harry schien bei dem Anblick des drohend auf ihn gerichteten Zauberstabs ein wenig zu Verstand zu kommen. Denn nun blickte er Draco an. Draco, tu mir einen Gefallen und schmeiß ihn raus. Was? Stieß Draco vollkommen vor den Kopf gestoßen aus. Aber schon jetzt spürte er das schmerzhafte Ziehen in seinen Armen, als er dem Befehl nicht nachkam. Auch der große breite Mann senkte seinen Zauberstab minimal und sah nun Draco direkt an. Draco, sagte er leise und sein Blick schnellte zu Harry zurück. Geh, bat Draco ihn eindringlich. Noch immer zauderte er und mit jeder kleinen Sekunde wandelte sich das Unwohlsein in Schmerz. Bitte, fügte er drängend hinzu und der Mann senkte seinen Stab gänzlich. Ich gehe, sagte Bill und Draco stieß die Luft aus, die er angehalten hatte. Damit hatte er den Befehl erfüllt und war aus der Pflicht entlassen. Nun musste er dem großen Mann wenigstens nicht mit dem Zauberstab drohen. Aber du, Potter, kommst mir damit nicht so einfach davon. Mit diesen Worten drehte er ab, griff in die Schale nach dem Pulver, verstreute dabei die Hälfte auf dem Boden und dem Kamin-Sims, ehe er in den hochschlagenden Flammen verschwand. Kaum war er weg, drehte Draco sich zu Harry, welcher seine Wange befühlte und stieß ihn so heftig gegen den Arm, dass Harry strauchelte. Spinnst du eigentlich? schrie Draco ihn an, während Harry sich wieder ausbalancierte, Draco wütend anstarrte, sich leicht nach vorne beugte und die Fäuste ballte. Was sollte das? Damit meinte Draco alles, was eben passiert war. Rieg dich ab, kam es aggressiv von Harry, ehe er Draco den Rücken zuwandte und den Tisch mit den darauf bereitgestellten Getränken ansteuerte. Bill und ich haben zusammen einen Wein getrunken und wir haben uns unterhalten. Ich habe einen Witz gemacht, woraufhin Fleur mir eine gescheuert und Bill mich hierher verfrachtet hat. Einen Witz, fragte Draco tonlos. Was hast du gesagt? Ihm schwarnte Übles und nachdem Harry ein Glas Saft leer getrunken hatte, drehte er sich um und lehnte sich gegen die Tischkante. Ich habe nur gesagt, dass ich nun wie Fleur bin, zu Hause, faul und kinderlos. Daraufhin ist sie ausgerastet, hat mich angebrüllt und Bill ist genauso an die Decke gegangen. Das sollte nur ein Scherz sein, erklärte Harry, nahm die Brille ab und rieb sich über seine Augen. Entsetzt legte Draco die Hände vor sein Gesicht und rieb kräftig darüber. Was sollte das? fragte er zum wiederholten Male. Seit Harry so schwach war, hatte er einen zutiefst verletzenden Sarkasmus entwickelt und warf damit um sich, aber bei ihm verwischten die Grenzen, was er sagen sollte und was nicht. Das war der zweite Befehl innerhalb eines Tages. Was denkst du dir dabei? Was denkst du dir dabei? Inzwischen nahm Draco wahr, dass sie seine Stimme mehr müde, schlaff und resigniert anhörte, als wirklich wütend. Egal, was es gewesen war, das Draco gesagt hatte, das Harry so verärgerte, aber dieser knallte das Glas auf den Tisch und trat zu Draco, sodass er in Harrys Atem den leichten Geruch von Wein wahrnehmen konnte. Du hast den Mund zu halten. Ich bin dauernd müde und gleichzeitig angespannt. Dazwischen kann ich mich zu nichts aufraffen und kann nicht mal Leute aus meinem eigenen Haus werfen, weil sie etwas können, was ich nicht kann. Zaubern. Also nimm dich zurück, wenn ich dir sage, was du tun sollst. Giftete Harry ihn an und Draco schnappte Harrys Kragen, um ihn festzuhalten, als er abdrehen wollte. Hörst du, was du da sagst? fragte er scharf nach. Hörst du dir zu, was da aus deinem Mund kommt? Ich bin nicht dein Haustier, Harry. Ich helfe dir. Lass mich sofort los, sagte Harry leise und blickte Draco fest an. Das war kein Befehl gewesen und Draco dachte nicht daran, auch nur einen Millimeter nachzugeben. Er hasste es, wie Harry im letzten Monat gewesen war, aber er akzeptierte es wegen dem Hintergrund, auf dem das geschehen war. Das konnte er hinnehmen, aber was er nicht tolerieren konnte, war die Art, wie Harry gerade mit ihm umsprang. Ich denke nicht daran, zischte Draco leise und beugte sich zu Harry runter. Du wirst... Der Rest blieb ihm im Hals stecken, denn es geschahen zwei Dinge im selben Moment. Zum einen rauschte der Kamin und leuchtete grün auf, als Anzeichen, dass jemand hindurchkommen würde. Als zweite schlug Harry ihn mit voller Wucht, mit der geballten Faust, auf die Wange. Keuchend taumelte er weg und starrte Harry an, der genauso bestürzt zurück sah und Draco schmeckte Blut in seinem Mund. Es herrschte fassungslose Stille zwischen ihnen beiden. Harry verbargte immer noch geballte Faust hinter seinem Rücken und machte einen Schritt nach vorne. Draco, das... Aus dem Kamin stolperte Granger, dicht gefolgt von der Ratte. Sag nicht, dass du das nicht wolltest, schrie er Harry an und sah die Blutstropfen, die dabei von seinen Lippen flogen. Wage dich nicht, das auch nur zu denken. Aber ich... Harry! Es war die Ratte, die sich einschaltete. Harry packte und fast schon grob aus dem Zimmer zerrte, wobei Harry keinen wirklichen Widerstand lieferte. Kaum dass die Tür hinter den beiden zufiel, entspannte Draco seine Haltung, richtete sich auf und erinnerte sich an den unangekündigten Gast, der ihn anstarrte. Bemüht, seine innere Mitte wiederzufinden, neigte er begrüßend den Kopf. Granger sah entsetzt aus und hatte beide Hände um ihren Bauch geschlungen. Tee? fragte Draco so gefasst, wie er nur konnte und hoffte, dass seine Lippen nicht blutig waren. Draco, wir müssen reden! Tee? 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 imagine Vielen Dank.